Jo Freunde, willkommen heute mal wieder zum neuen Video. Bevor das Video bin, wollte ich einfach nur noch einmal sagen, und zwar lasst gerne ein Abo und ein Like, da würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen. Warte mal. Digga, wo bin ich überhaupt? Hä? Junge? So, jetzt sieht es auf jeden Fall schon mal ein bisschen besser aus und tragt auf... Lack, warum bin ich jetzt eine Frau? So, Junge, jetzt sehe ich auf jeden Fall nicht mal fit aus. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, gönnt auf jeden Fall mal ein Like und ein Abo und abonniert auf jeden Fall nochmal die Glocke. Was laber ich da? Ähm, und ähm, Freunde, ganz wichtig, ganz, ganz wichtig, Creator Code für Orxy, wäre auf jeden Fall komplett ehrenhaft. Ihr schreibt da einfach dann hin ein R, dann macht ihr ein E, dann macht ihr ein A, dann macht ihr ein L, dann macht ihr ein O, dann macht ihr ein R, dann macht ihr ein K, dann macht ihr ein S, Y, dann drückt ihr Annehmen und das Ganze wiederholt ihr dann einfach immer so 10 Mal. Und ähm, das würde ich auf jeden Fall unterstützen. So, macht's einfach bitte. Und jetzt könnt ihr auf jeden Fall das Video 150 Likes, dann kommt das nächste Video. Let's go, das Häschen, Alter. Hallo, kann hier auch jemand Deutsch? Hallo. Ja, ja, hallo. Ah, jo, was geht, Alter? Alles klar bei dir? Alles klar, MbH. Ja, ja, safe, Alter. Und, wie geht's zur Familie? Ist alles gesund, oder? Ja, einer ist krank, aber sonst alles gut. Ja, da wünsche ich ja gute Besserung, ne, hier von deinem deutschen vollwertigen Kollegen. Alles ja gut. Und, was machst du heute noch so? Also, ich fahr gleich noch schön ein bisschen angeln. Oder wollen wir zum Angeln gehen? Ich hab'n Ort, der... Bei Sweaty Cents kann man gut angeln, da ist diese Bahama-Inseln. Wollen wir da zum Angeln gehen? Ja. Ey, Junge, dann flieg da mal hin, Alter. Come on. Sag mal, kann der Fackelgott auch reden? Hier, Fackelgott 88. Kann, können sie, äh, die germanische Landessprache, oder, ähm, eher nicht so. Wie sind sie der deutschen Sprache mächtig? Ich denke nicht, dass er die deutsche Sprache so gut wie wir beherrscht. Ein Satz mit X, das war wohl nichts. Aber ja, mal schade. Geh'n bisschen planschen. Boah, ich gönn mir später noch ein schönes Bier, und dann, ne? Ey, sorry, ne? Ich mach manchmal so komische Geräusche. Ey, Junge, oh mein Gott. Die Tactical sieht ja aus wie ne, wie ne, äh, Ich möcht' das jetzt nicht aussprechen, aber es sieht einfach wirklich aus wie ne Missgeburt im Winter. War das schon immer so? Als ob wir sogar im Sturm sind, ich raps nicht. Ich, ja, ich schon. Hätt' sich das denn ausgedacht, Bruder. Oh, ich hab's mir ausgedacht, Alter. Easy. Oh, ich geh mal nach da drüben. Und wie alt bist du so? Äh, 18. Als ob du 18 bist, Alter. Du hörst dich an wie 17. Sag mal, der Fackelgott, der ist ja auch ein ganz netter, ne? Aber schon komisch, dass wir hier mit zwei vollwertigen Deutschen in eine Lobby kommen. Hätt' ich nicht gedacht. Oder bist du nicht vollwertig? Vielleicht bist du ja nicht vollwertig. Aber ich vermute, dass sie nicht vollwertig sind. Und hier, ich bin acht Jahre alt. Ah, ja. Ey, ich hab' gehört, man kann sich irgendwie beim Feuer heilen, aber ich krieg' gar keine Leben oder sowas dazu. Hä? Und wenn du keinen Schaden bekommen hast, dann... Ist das verbaggt? Warte, ich mach' mir mal kurz Schaden. Achso, ne, bei dem Feuer nicht. Bei den Lagerfeuern. Versuch mal. Ne, Alter, geht nicht. Warum lügst du mich an? Das klappt nicht. Das musst du anzünden. Das musst du anzünden. Ey, das... Ich krieg' kein... Ich krieg' keine Leben. Achso, das ist gar nicht das Richtige. Ja, ich dachte, bei Feuer. Oder nur beim Lagerfeuer. Aha, jetzt geht's ja. Stech' da schön mal ein Arschloch rein und da geht's auch schon los. Und wie gefällt dir so die neue Season? Ganz gut. Ja, mir auch. Sag mal, hast du jetzt auch ne Angel für mich, Werner, oder hier willst du allein angeln? Ja, ich hab' jetzt nur für mich ne Angel. Unfassbar. Oh, nen schönen Fisch, Alter. Den gönne ich mir mal gleich. Uh, ne rostige Dose. Oh, noch einer. Lecker. Ich meine, hier wirst du nichts Gutes angeln. Ich zeig' dir mal einen Ort, wo du was Gutes angeln kannst. Du musst weiter an die Front gehen. Wie früher, ne? Immer an die Front. Haha. Du musst, ähm, zu so Blubberbläschen gehen. Da, ähm. Ja, das weiß ich, aber hier waren gerade keine. Ja, ich hab' noch nie einen Deutschen getroffen, Alter. Das ist grad voll komisch. Ah, hier Blubberbläschen. Ich hab' die Sandburg kaputt gemacht. Alter, was bist'n du für einer? Einfach so ne Sandburg kaputt machen. Gehst du schon arbeiten? Abitur. Achso. Durch die Tür oder nicht durch die Tür? Ja, Abitur durch die Tür. Okay, dann wünsche ich dir da auf jeden Fall noch viel Glück bei Mensch. Mensch, hier sind Gegner, Alter. Warum campst du denn? Mann. Nice. Achso, du bist ja sogar schon im Fight. Easy, Mann. Kein Ding so gehen. Alter, du bist nur wieder für'n Pro-Player. Achso, Shooter pro-Player. Ach, nur kaum. E90. Ne, du sprachst gerne, ne? Ey, wer ist eigentlich dein Lieblings-Youtuber? Mein Name Standard-Skill und deiner. Ey, hier können wir euch wieder angeln. Ganz klar, unge-bunga. Unge die Lunge. Unge-bunga, unge-bunga. Achso, ich kenne jetzt doch den, der, der immer, ey, Schweinefleisch und so etwas in seinen Livestreams ist. Immer so beefy und so, oder? Ja, genau, genau, der, der, der Veganer, der eigentlich beefies frisst. Der ist es, fuck, unge-bunga. Ekelhaftes Schwein. Lass jemand. Ne, hol ich mir. Ich will auch bald YouTuber werden. Ich hol mir erstmal den YouTuber. Woll mir ein Video-Store machen, warte, ich... Warte, wie mach' man das überhaupt? Können lass' den erstmal klappen, Alter. Ja, warte, den Junge nicht mehr. Ne, ich klapp' den Junge. Ich färb' die Dose auf ihn. Bats. Bats, ich hab' ihn mit der Dose holt. Was gesehen? Wie los geht's mit dem? Der kann mich mit, der kann mich mit der Angel zurückholen. Ich guck' mal ein Tutorial, wie das geht. Mach's mal nochmal. Mann, man YouTube-Star. Ja, genau, YouTube-Star. Erstmal Werbung, ne? Dislike. Ja, schnauze jetzt erstmal Deutsch-Star. Ich war jetzt wieder mit diesem Kanal selber in der Situation. Ich stand ganz am Anfang, hatte null Abonnenten und musste verloren. Was ist denn das für'n Lappen, Alter? Lali... Lo! Weißt du was, was ich jetzt mache, Alter? Ne. Ich lad mir jetzt ein Programm herunter, mit dem man Videos aufnimmt kann. Kennst du irgendeins? Ne. Ich schreib' einfach mal bei Google. Programme, mit denen man... Äh, ne, Videos machen kann. Open Broadcaster. Okay, ich lad's mir runter. Als Optiker, der Download dauert zweieinhalb Tage, Alter. Hab' ich grad' ausgerechnet mit nem Geodreieck. Scheiß, mir ist ein richtiges Matten-Genie zu sein. Ja, Alter. Sagen mein Lehrer auch immer. Aber dann schlagen die mich immer. Hey, du hast schon gein' Skin, ne? Ja, find' ich auch. Musst du den schmackhaften Biggie haben auf mein Nacken. Oh, nehm' ich gleich. Oh, der Zwerg, der sich drausmieden. Was ist denn ein bisschen Metall für mich? So, 50? Äh, ja. Ah, ne, ich hab' gar kein Metall. He, loin. Ah, blödes. Da muss ich mir hier ein bisschen Metall holen, das ist ja kein Ding. Da sind da ganz viele Autos. Und dann hol' ich mir jetzt gleich ne Lierne Pumpe. Sag mal, ist das jetzt erlaubt, dass wir auf so'n Polizeiauto kommen? Sag mal, das Auto gehört zu Zivilisten, was soll'n das? Die wollen damit auch noch fahren. Ja, ich brauch' das, brauch' das. Ja, nee, was ist denn das, Alter? Da kannst du deine Waffen upgraden. Das ist mal ganz eben, ganz flink aus meiner grünen Pumpe gerne lila gebracht. Und seit welcher Season spielst du schon? Seit Season 9. Äh, welche war noch mal die vor dieser Season? 10. Achso, ja, dann spiel' ich seit Season 2. Hehehehe. Das ist so richtig random. Oh, der Download ist abgeschlossen. Easy, Alter. Ja, das schon grad' noch zwei Tage. Ist das komplett. Kennst du Montinius Black 48? Natürlich kenn' ich Montinius Black. Was bin ich, Alter? Soll ich's so meinen YouTube-Kanal nennen? Ich mach' den Montinius Black 48. Nenn ihn lieber Montinius Black 88. Nee. Ich verwende die Zahl 88 immer mit der... Mit den Nazis, deswegen mag' ich den eigentlich nicht so. Ja, genau, deswegen musst du die auch verwenden. Achso. Warte, man muss schon auf den ersten Blick erkennen, dass du ein Deutscher bist. Hier, guck. Hier, Fackelgott hat's richtig gemacht. Fackelgott 88. Da weißt du sofort, alles klar. Das ist ein Deutscher. Ja, so muss es ja auch sein, ne? Wenn du das nicht erkennst, dann musst du den Emote hier haben. Warte. Den hier. Sollte das auch nicht der Fall sein. Das ist einfach kein Deutscher. Und dann erkennt man das, oder wie? Dann erkennt man sofort, okay, klar, das ist ein Deutscher. Das sieht man noch. Okay, dann weiß ich jetzt Bescheid, Alter. Dann, ähm, am besten mach' ich dann diesen Heidi-Skin als Profilbild, oder? Ist ja auch dieser Oktoberfakt. Ja, ja. Wär' ganz, wär' ganz gut, ja. Mit dem, mit dem Bier noch und dann 88 hinten. Dann sieht man, das ist ein Deutscher Channel. Ja, der weiß, was, was gut ist. Dann mach' ich das Ganze natürlich. So, Kanal erstellen. Äh, wie soll ich mich nochmal nennen? Montinius Black... 88. Ich, ich hab' ne bessere Idee. Nämlich Montinius Blue 88. Nenn' ich doch Montinius Braun 88. Stimmt, Blue ist ja ein bisschen, dann ist das ja nicht mehr deutsch. Und dann denkt man vielleicht, das ist doch ein Ami. Ähm... Das wollen wir ja nicht. Montinius Rot-Orange 88. Ey, Gegner, Alter. Der Channel kann noch warten. Wir müssen den erstmal klappen. Hier auf SW. Südwestlich an der Front. Südwestlich. Ich will aber den... Den... Dings haben. Südwestlich an der Front. Und Kämpfe fürs Vaterland. Okay. Ah, warte, ich will mir doch den... den Blue Drop. Ah, die Zone moved. Ist dich, Zone. Uh, ich hab'n 100er Hit mit ner Gran... Atte. Ey. Hä, was war'n das, Alter? Der hat doch gehackt. Schon mit einem Schlag umgebracht. Mann. Du Blödmann. Ich bin im... Ich bin im Kampf gefallen. Ich konnte nichts mehr für meine Männer tun. Ein guter Kommandant stirbt für seine Männer. Na ja. Du bist ein guter Kommandant. Dafür mach' ich jetzt meinen YouTube-Kanal, Alter. So. So weg den... So weg den. So weg den. So weg den. Es ist ein Satz. Kanal nachstellt. Ich bin einfach. Knackig. Köstlich. Schwächtlich. Ey, come on, du kleppst die noch, Alter. Ich glaub' an dich. Come on, Jungs. Kämpft. Jungs. Jawoll. Komm, eine noch. Jawoll. So macht man das. Komm, da kommt noch einer. Geh auf Instagram. Ich bin einfach. Mit jemand anderem zuschauen. Tööö. Nein. Hab' ich dir das gemacht? Werner, du bist nicht stärkok gefallen. Werner. Ich's very low. Alter, um in der slow. Der ist low. Ich Dilctf wenn es ja in der zone. Darf' ich dir ein fe schicken? Ey, umgebugene ist gefallen. Hilfe! Alter, jetzt hol' den Falken ... ähm ... Stern. Ne, bin ja ja schon tot. Desde die trotzdem noch deine Ries Casey-парren-Karte holen, oder? Ja, aber es bringt nichts mehr. Hier kann ich nirgendwo reviven. Ja, da kann ich nicht mehr reviven. Das ist... Ja, dann ab, Männer. Ich hab noch Holly-Hackis. Ich hab da Medikits drin in der Zone. Wer noch? Wir sind beide fürs Land gefallen. Für welches Land eigentlich? Was spielst du eigentlich? Mit Tastatur oder mit Kontrolleur? Achso, ich spiel mit... Warte. Wie heißt das nochmal? Warte, ich schau kurz im Internet nach, wie das nochmal hieß. Ah, ich hab's gefunden. Warte. Kann ich das hier irgendwie einstellen? Ah, hier kann man das einstellen, dass der das auch sagt. Okay, warte. Hier so hieß das. Lenkrad und Pedale. Achso, okay, ja gut. Oh, ein DAS mit Dix. Das war wohl nichts für den Samurai, ne? Haha. Man müsste ihn anfeuern. Das ist nicht keine Munition mehr. Schießen runter, schießen runter. Komisch, Typ. Komisch, Typ. Sehr schöne Ding, sehr schöne Dinge. So wie ich jetzt sehen. Komisch, Typ. Jawoll. Ah, immer schön. Der gleich keine Munition mehr. Der hat Angst, der hat Angst. Immer schön einfach raufschießen, ne? Komm, den klebst du. Jawoll. Was wird dann mein erster Sieg, Alter? Der kommt, ich dachte jetzt drauf. Ich glaub, gestern allein vier oder so. Ali, hallo, meine lieben Leute. Oh mein Gott, ich hab direkt gewonnen. Du bist der Gott, du bist der Fackelgott. Alter, ich, ich hab gewonnen, ich hab gewonnen, ich hab gewonnen, ich hab gewonnen. Okay, dann, ähm, guten Appetit.